Hallo, ich begrüße Sie zum heutigen Beitrag Leben ohne Krankheit. Aus dem kürzlich erschienenen Arzneimittelreport der Krankenkasse Barmer GEC geht hervor, dass die Ausgaben für Arzneimittel gegen Krebs seit 2011 um 40% gestiegen sind. 40% Anstieg der Ausgaben innerhalb von nicht einmal 6 Jahren. Das ist schon happig. Haben wir dadurch irgendeinen messbaren Fortschritt im Kampf gegen Krebs erreichen können durch diesen Anstieg? Hat das mehr ausgegebene Geld den Erkrankten oder den Versicherten etwas gebracht? Ist dadurch seit 2011 bis heute etwas in Gang gesetzt worden, was Krebs in seinem anhaltenden Vormarsch zum Nachteil vieler Menschen aufhalten konnte? Gibt es ernstzunehmende Fachleute der Onkologie, die annehmen, dass wir mit den vielen Mehrausgaben zu mehr Gesundheit kommen werden in absehbarer Zeit? Nein, das ist alles nicht der Fall. Der Barmer GEC-Chef Christoph Straub sagte dazu, Ziel der Pharmahersteller ist allein der maximale Umsatz. Zitat zu Ende. Diese Kritik wird nur eben wohl nicht viel bewirken. Wir gehen in unserem Gesundheitswesen den Weg der Profitoptimierung für Leistungserbringer. Weiterhin gehen wir den Weg zum Nachteil der Patienten. Es ist sehr traurig, dass wir den seit Jahrzehnten anhaltenden Trend nicht aufhalten können, dass durch diese Priorität, also erst der Profit und dann der Patient, Krebs auf dem Weg zur Todesursache Nummer 1 werden wird. Viele Menschen haben zu Recht keine Hoffnung, dass sich die Verhältnisse im Gesundheitswesen absehbarer Zeit zum Besseren ändern werden. Krebs wird zur Todesursache Nummer 1 werden, trotz oder wegen des hohen Umsatz der Pharmahersteller. Dabei ändert sich so viel. Der Wissenszuwachs in der Medizin sieht so aus, dass sich alle fünf Jahre das Wissen verdoppelt. Das ist eine gigantische Geschwindigkeit mit enormem Potenzial für Leben ohne Krankheit. Nur kommt dieses Wissen bei den Betroffenen nicht an und damit meine ich die Patienten und auch die Menschen, die echte Prävention als Schutz vor Erkrankung betreiben wollen. Sie erhalten aus dem Gesundheitswesen nicht das nötige Wissen dafür. Nehmen wir einfach mal an, dass sich im Jahre 1985 noch 100% des damals verfügbaren Wissens in den Leistungskatalogen der Krankenkassen, das ist also GOE und EBM, wiedergespiegelt haben. Das soll heißen, dass damals alles für die Versicherten verfügbar war, was auf der Welt an Wissen war. Ich weiß, das ist eine ideale und nicht reale Annahme. Doch nehmen wir einfach das mal so an und gehen wir mal im Gedanken weiter. Mit dem Anwachsen des Wissens, mit dem Anwachsen des Wissens einerseits und dem auf der Stelle treten andererseits bei den Leistungskatalogen der Krankenkassen bedeutete, dass schon 1990, also fünf Jahre später, dass nur 50% des weltweit bestehenden Wissens den Menschen verfügbar waren. Denn die ersten fünf Jahre waren 1990 bereits vorbei und die erste Verdopplung hat gewirkt, nämlich, dass nur 50% mehr zur Verfügung standen. Wer weiter rechnen kann, kommt dazu, also alle fünf Jahre Verdopplung, er kommt dazu, dass wir heute im Jahre 2017 keine zwei Prozent des Wissens mehr für die gesundheitliche Betreuung haben. Und das wird immer schlimmer. Gesundheitswesen auf Profit getrimmt und das wird immer schlimmer. Sollte nämlich neues Wissen Einzug nehmen in die Angebote der Krankenkassen, so wären die Profite der Leistungserbringer in Gefahr. Allen voran die Pharmaindustrie. Aber auch Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Apotheker müssten zu Recht Angst um ihre Profite haben, weil die meisten neuen Verfahren mit schnellerer Heilung, erfolgreicher Heilung überhaupt und mit geringeren Kosten daherkommen. Schließlich werden die Leistungserbringer nach Aufwand bezahlt. Also Einsatz teurerer Methoden gleich hohes Einkommen. Würden preiswertere Methoden mit höheren Gesundheitseffekten eingesetzt werden, würde das den Umsatz verringern. Das würde zwar die Versicherten, Patienten und Krankenkassen dramatisch entlasten, die Umsätze der Leistungserbringer jedoch schmälern. Und das ist nur die finanzielle Betrachtung. Neben dem finanziellen tritt ein humaner Vorteil ein. Oder ich muss sagen, er würde eintreten. Für jeden einzelnen Menschen ist es viel wichtiger, dass dadurch mehr Gesundheit und Lebensglück anstelle von Schmerzen, zu früh drohendem Tod und Siechtum erreicht werden. Doch es hat wenig Sinn, sich angesichts der Machtstrukturen in unserem Gesundheitswesen Hoffnung auf Besserung zu machen. Da bleibt nur der individuelle Weg zu Leben ohne Krankheit. Hier will ich auf die enorme Bedeutung von anzueignendem Wissen verweisen. Die Menschen, die über Methoden Bescheid wissen können, sich aus der Falle herausarbeiten und selbst entscheiden, wie sie weiterleben wollen. Erst auf der Basis eines ausreichenden Wissens über die Möglichkeiten für bessere Lebensqualität kann sich der Einzelne frei entscheiden für Leben ohne Krankheit. Nun ist das nicht so einfach, an die für das lebensnotwendige Wissen erforderlichen Informationen zu kommen. Diese sind nämlich sehr umfassend und gar nicht so einfach zu finden. Da kann ich Ihnen wahrscheinlich helfen. Ich bin dafür da, Ihnen mit Informationen zu besserem Wissen zu verhelfen. Leben ohne Krankheit. Es ist gar nicht so einfach, zum Beispiel zu erfahren, wie man ohne Risiken und Gefahren zu Nebenwirkungen seinen angestiegenen Blutdruck wieder normalisieren kann. Und wenn man das nicht weiß, so drohen einem die Gefahren des Bluthochdrucks direkt oder über die Nebenwirkungen der Medikamente. Beide Male heißt die Endstation Schlaganfall oder Herzinfarkt. Wenn ich das also vermeiden möchte, so muss ich Wissen erwerben. Genauso ist es bei Krebs, Infektionserkrankungen oder Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Wir brauchen eine gute Wissensbasis für Leben ohne Krankheit. Wir brauchen die wichtigen Informationen für das notwendige Wissen. Diejenigen Menschen, die meinem Informationsdienst folgen, sind da echt im Vorteil. Um Herzinfarkt, Schlaganfall und Oterienverschluss, Krebs, Infektionserkrankungen oder Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat zu vermeiden oder erfolgreich zu besiegen, haben Sie sich, also die Menschen, die am Informationsdienst teilnehmen, sich kontinuierlich über meine Informationshinteragest stets gut informiert. Die meisten konnten schwere Erkrankungen vermeiden. Andere haben Krankheiten besiegen können, von denen Ärzte meinten, sie seien nicht heilbar. Bei letzteren denke ich an Herrn A., der in Hamburg lebt. Er litt seit Jahrzehnten unter einer Lungenerkrankung. Im Informationsdienst Agilismat lernte er eine Methode kennen, mit der er ohne Risiko und Gefahren diese Lungenerkrankung besiegen konnte. Während Herr A. zuvor nicht einmal drei Treppenstufen ohne Pause auch klimmen konnte, ging es ihm schon nach 14 Tagen Anwendung der Methode Agilcare wesentlich besser. Das führte sogar dazu, dass der behandelnde Arzt zu dessen Verwunderung eine Leistungssteigerung um 70% an das Tieren konnte. Gratulation an Herrn A. in Hamburg. Was wäre wohl geworden, wenn sich Herr A. nicht selbst um Informationen in meinem Informationsdienst gekümmert hätte? Die Methode Agilcare basiert auf einem vor Jahrzehnten entwickelten Verfahren, das bereits mehrfach in Agilismat, also im Informationsdienst, von mir publiziert wurde. Und mit dieser Information war Herrn A. sehr geholfen. Seine Lebensqualität ist enorm angestiegen und so könnte ich eine Vielzahl von Menschen nennen, deren Leben dank Informationsdienst Agilismat besser geworden ist. So wie Herr A. in Hamburg konnten schon viele Menschen ihre Lebensqualität verbessern. Doch vergessen wir dabei nicht, dass sich jeder Mensch bei allen Erkrankungen nur selbst helfen kann. Ein Informationsdienst oder auch ein Gerät Agilcare kann nur die Betroffenen oder Interessenten dabei unterstützen, Erkrankungen zu besiegen oder zu vermeiden. Es gibt nur Unterstützung durch diese Lösung. Das gelingt jedoch nur, wenn ausreichend Wissen da ist. Lassen Sie sich dabei helfen, das Wissen zu erwerben. Sie müssen für das Verständnis der Inhalte von Agilismat keinerlei Vorbildung haben. Viele Beiträge werden sogar so gegeben, dass Sie nicht einmal lesen müssen. Anhören und zusehen am Computer reichen aus. Und das muss nicht immer ein Computer sein, das kann auch Ihr Agilismat sein oder ein Tablet unterwegs. Und, dass unsere Inhalte des Informationsdienstes relevant sind, das ist längst bewiesen durch die Teilnahme vieler Mediziner und Ärzte an Agilismat. Wenn Sie sich auch darüber informieren wollen, was Ihnen ansonsten im Gesundheitswesen vorenthalten wird, so kommen Sie zu Agilismat. Wenn auch Sie Methoden kennenlernen wollen, mit denen Sie Krankheiten besiegen oder vermeiden, sich selbst behandeln können und keine fremde Hilfe benötigen, Geld einsparen, meistens sofort beginnen können und auf jeden Fall Risiken, Gefahren, Nebenwirkungen und Folgerkrankungen vermeiden, so melden Sie sich hier an. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018